Ich stand genau da und habe einfach dein Dings gesynchronisiert. Das sah also sehr lustig aus meiner Perspektive. Hat er dir Taschenabstellt zu vielleicht? Ach nee, wir haben ja welche, ne? Ja, wir haben welche. Ich habe Maria weggeschubst anscheinend, was mir gar nicht so bewusst war. Ich wollte natürlich eure Zweisamkeit nicht stören. Habe ich aber und es hat mir gefallen. Da liegt was. Okay, Maria ist dann vorbeigelaufen. Oh, ne. Das liegt hier. Eine Ente. Kann man die eigentlich pitchen? Ne, nur wenn du sie aushebst. Dreckig. Oh, ich habe den Allergiekerl. Perfekt. Oh, hier ist Froggy. Der Brack in Ruhm. Er führt auch nur einen Weg hin. Und er ist offen, hat keine Tür. Okay, die Sackgasse ist... Aber jetzt kann ich unten, habe ich keinen Fock mehr, was ganz geil ist. Jetzt ist da hinten der nächste Fock. Boah, hab ich mich gerade schrocken. Fock, ey. Hm? Es ist Fockgy, es ist Fock. Das hat dich heute irgendwie sehr oft gesagt. Was hast du denn... In der Hand? Ein Pupskissen. Letztes Mal gesagt, wo ich so hart abfeiern musste. Maria, du stellst mir Fragen. Ich bin froh, wenn ich weiß, was ich gestern zum Mittag gegessen habe. Das war so lustig. Ich habe in meinem Leben leider einfach mit zu viele Gehirnzellen weggekifft. Really? Wie bitte? Really? Ich habe... Hattet ihr mal eine Tür aufgemacht? ...2 Jahre lang... I see you. ...sehr intensiv gekifft gehabt. Und liebe Kinder, auch wenn es in Deutschland erlaubt ist, lasst die Finger davon weg. Bringt euch nicht weiter. Hab... Oh, nein! Warum ist denn jetzt wütend auf mich? Piss dich, Junge. Piss dich! Piss dich! Lass mich in Ruhe! Oh, ne. Da ist er wieder. Oh mein Gott. Ich hasse die. Ähm... Ja, es ist halt... Wie soll ich das erklären? Oh. Es ist nicht mal das... Also ich glaube, ich bin an sich ein absolut vergesslicher Mensch. Das kommt noch dazu. Aber ich meine es auch vielen. Ja. Ich bin auch ein vergesslicher Mensch. Oh, der Bracken! Aber das hat es auf jeden Fall nicht besser gemacht. Und der Yippie-Buck! Also ihr rennt hier die ganze Zeit rum. Was ist mit you? Maria, wo bist du? Ich bin bei dir. Ich würde hier mal durchgehen. Ja, dann... Das Ding ist, ich weiß nicht, wo der Bracken ist. Nicht gerade gekocht. Hoffentlich nicht da. Nee. Nicht da. Wir müssen uns einfach umschauen. Da war der Yippie. Da ist er! Oh mein Gott! Du hast ein Centipede auf dem Kopf, aber ich kann nichts machen. Ja. Ich weiß, geh einfach weiter. Es ist okay. Nein, der Bracken kommt! Er wird mich töten! Er wird mich töten! Er töte mich! Kann er mich nicht umschauen? Daniel, du bist alleine. Daniel, du bist alleine. Ich hast Stecker! Warum kann man den Bracken nicht helfen? Ich bin tot! Weil... so wichtig für dich, das Hund. Er kommt zum Schiff zurück. Naja, nee, er geht gerade weg vom Schiff. Jetzt geht er wieder. Ja. Zum Berg. Da ist die Chance zu sprechen. Oh. Er hat umgedreht. Oh, jetzt kommt er wieder langsam. Läuft er bei dir auch in der Luft? Jetzt nicht mehr. Nee. Ist er auch, Daniel? Wo ist er? Er geht jetzt aber nach links. Ist er am Schiff? Also wenn du aus dem Schiff gucken würdest, nach links. Du kannst also runterjumpen. Er dürfte dich nicht fördern. War das alles? Nein, da liegt noch ein Item. Also du könntest gucken gehen. Er sitzt da übel weit weg. Er ist hinter der zweiten Treppe, glaube ich sogar. Ja, er ist hinter der zweiten Treppe. Oh, drin ist das Spring. Also nochmal auf das Thema zurückzukommen. Es ist halt... Wie soll ich das beschreiben? Ich bin an sich vergesslich gewesen, aber ich weiß auch, dass das nochmal viel sehr... so eine Vergesslichkeit beigetragen hat. Äh... Deswegen ich auch viel zu viele schöne Momente einfach vergesse. Was voll traurig ist. Er ist bei der Treppe. Ich konnte Tobi nicht beamen. Weil er den Preis paid. Aber eigentlich kann man mich dann doch trotzdem beamen. Ne, wenn du den Preis payst, dann nicht. Aber ich dachte, das wäre nicht mehr. Aber ich pay ja nicht mit dem Preis. Den Preis payst du ja nur, wenn dein Körper nicht mehr verliebt ist. Ah, ich glaube ich habe den falschen angewählt gehabt. Okay. Den falschen Tobi? Ja, auf jeden Fall vielleicht... Also er hat auf jeden Fall Tobi nicht beamt. Hm. Komische Nummer. Aber ich liege jetzt auf jeden Fall bitte da. Ja. Genau. Oh! 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 Wer zappelt da so? Zup, zup, zup. Alter. Ich kann mal da... Das habe ich auch verstanden. Lapp, blapp, blapp. Lapp, blapp. Können wir nochmal landen? Ja. Können wir noch auf Teilen. Ja. Da steht, sie werden alle sterben oder so. Also Eclipse, Tobi, hast du ne Taschenlampe? Ja, hab ich mir mitgenommen. Gut. Ich hab Bock auf was Süßes, aber ich weiß, ich hab nichts. Alter, auch ein Brennvoll. Aber ich muss ehrlich zugeben, so schön der Tag heute war, so anstrengend. Also ich glaube, ich war wirklich in den letzten... September, Oktober, Oktober, November, November, Dezember, Dezember, Januar, Januar, Februar, Februar. März, März, April, April, Mai. In den letzten acht Monaten nicht mehr so fertig. Oh. Ich wollte gerade sagen, wir haben dein. Und dann ist mir aufgefallen, du hast nicht gesagt nein, sondern dein. Schwierige Sache. Oh, hier ist noch ne versteckte Tür. Ja, bei mir ist lockt. Ich kann den Fyrexet vergessen. Und hier ist auch wieder mega scheiß. Nur. Nee, das kann doch nicht sein. Ich gehe nach oben, ja. Ja, das ist die einzige Tür, die Sinn macht jetzt noch. Wahrscheinlich da oben irgendwo. Aber hier unten ist ja nichts. Aber bei mir geht's ja auch gerade übel weit weiter. In der Richtung war. Ich glaube, ich habe einen Schlüssel gefunden. Dann könntest du schauen, ob du im Fyrexet weiterkommst. Mach ich. Bika, was ist denn das für ein Raum? Den habe ich ja noch nie auf deinen gesehen. Ist ja mal mega geil. Der ist ja übel riesig. Ich habe ein Bild gefunden. Cool. Ja, da war ich schon, glaube ich. Aber deine Fußspurten haben ja aufgehört. Okay, dann war ich da. Ach nee, ich war hier. Die Tür, die ich zugemacht habe, da war ich schon. Die, wenn du reinkommst. Rechts. Obe oder wie? Ja. Na, wenn du reinkommst, links die Tür und dann rechts dabei schütteln. Die, die offen war? Okay. Ja, ich habe sie zugemacht. Ich glaube, ich war das. Ja, du bist woanders lang gegangen. This is true. Oh, ich habe auch einen Key gefunden. Oh, wer ist hier nicht? Bei mir ist hier gerade noch übel viel. Also ich habe noch... Ah, nee, ist so leise. Ist er tot? Nee, nee. Mir ist mega viel los bei mir. Ein Gänger. Ja, fühle ich. Oh, ich hoffe, ich habe den Schlüssel nicht für Scheiße benutzt. Also ich habe ihn auf jeden Fall für Scheiße benutzt. Aber die sucht bitte auf. Feier Exit hat sich von den Gängen her auf jeden Fall schon mal mega gelohnt. Was ist denn hier Buggy los? Also ich habe hier auch eine Large Exit gefunden. Ich habe mal ein G gefunden. Maria, hast du gerade eine Tür aufgemacht oder war das Daniel? Ja, falls es Daniel war, dann habe ich es gerade gemacht. Ja, dann habe ich dich gehört. Ich habe eine Spring gehört. So etwas wollen wir hier nicht hören, Piepen. Ist so. Aber nicht bei mir. Weil bei mir war alles zu. Ich habe ein G gehört. War bei mir. Hast du das gerade? Ja. Ich habe hier noch eine fancy Lamp. Und dann, wenn ich dich höre, aber nicht sehe. Oh mein Gott. Ich habe noch ein Geschenk. Noch eine Bell. A present. A bell. Du bist über mir. Okay. Get it. Äh. Soll ich irgendwie zu dir kommen, Daniel? Oh mein Gott, Mg. Wo bist du? Mein Mg-Licht. Ah, Old Phone, Fenslamp. Okay. Ja, dann nehme ich das doch beides noch. Halt, hier liegt ja noch was. Hier liegen ja nochmal zwei Sachen. Hilfe, Hilfe. Viel los. Und da liegt noch was. Hallo, du bist bei mir. Ich habe was. Ja. Kannst hier, äh... Hast du alles frei? Da liegt da noch was. Hier zwei liegen noch was. Hier zwei. Alter, war... Boah. Wirf dich. Langsam. Langsam kann ich nicht mehr sagen. Ein Slot habe ich noch. Oh mein Gott, da ist ja ein Mg. Oh mein Gott. Wie auch immer ich das gerade überlebt habe. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wir bringen das mal ganz schnell aus dem Fire Exit. Oh mein Gott, jetzt bin ich auch schon noch fast runtergerannt. Und noch 50% Leben. Nein. Es ist alles auf der Lampe gelandet. Oh. Oh Gott. Da ist ein Hund. Oh mein Gott. Ich wollte, ich sage auch gerade, da ist ein Hund und ich sehe auch nur, wie Maria stirbt. Ich habe den nicht gehört. Der muss da gespawnt sein. Ach du Scheiße. Der hat gehört, wie du geschnaubt hast wahrscheinlich. Was? Der hat wahrscheinlich gehört, wie du geschnaubt hast. Nein. Hä, aber wir haben doch kein Internet an. Ja. Das war doch ein Witz. Der muss, der muss in mir gespawnt sein, weil, als ich sein Knurren gehört habe, war es schon zu spät. So, jetzt weiß ich gar nicht, wo du drüber warst, Daniel. Das sind zwei Hunde. Was war denn das? Draußen ist ein Crawler. Du musst rauskommen. Es sind zwei Hunde hier, Tobi. Ich bin auch tot. Was? Nein. Wie soll ich das denn rocken? Dicker. Sehr viel. Es sind schon sehr viele Sachen drin. Der zweite ist einfach gespawnt. Ja. Ich dachte, er rennt hoch, weil ich ihn angelockt habe. Ich springe runter, in dem Moment sehe ich, ach, der unten steht auch noch da. Patsch, tot. Na, ich warte jetzt, bis die sich verpissen. Ja, das ist ein guter Plan. Der eine ist auf jeden Fall sehr amused und bleibt da gerne. Der andere. Komm, geh ihm hinterher. Ihr seid ein paar. Ihr gehört zusammen. Nein, komm doch nicht hoch. Geht der andere dir hinterher. Oh mein Gott. Aber manchmal backen die über die Entrüstung. Aber die gehen hinten. Einer geht hinten runter, der andere ist noch oben. Am besten wäre, wenn jeder einen anderen anguckt und dem hier sagt, ob ich kann oder nicht. Ich gucke den gerade an, der runtergehen wollte und jetzt wieder hochkommt. Also gucke ich mir einen anderen an. Also der andere bei mir ist unten. Daniel, ist deiner auch unten? Ja. Nein. Ja, in meiner ist jetzt gerade hinten weggegangen. Aber. Aber ist noch ein Dritter gespawnt. Die gehen beide runter, ne? Zum Schiff. Ja. Ja. Meiner hat abgedreht. Ich höre irgendwo noch einen. Ja, der ist bei mir. Bei wem. Zwei gehen. Zwei, warte mal. Scheiße. Ich habe hier eine Glocke. Ich wollte die Glocke nicht nehmen. Einer ist jetzt wieder unten auf der letzten Ebene beim Schiff. Er ist jetzt vorm Schiff. Der andere ist unter der Leiter. Guck mal schnell, ob es noch einen Dritten gibt. Was, wenn du die Glocke hast? Ich höre hier einen. Es hat dich jemand gehört. Ja. Glaube ich. Sie kommen hoch. Einer ist oben, ne? Schon auf der Plattform, wo wir immer ablegen. Welchen guckst du dir zupiepen? Der, der oben auf der Plattform ist. Okay, meiner ist unten. Und jetzt runter geht. Okay. Das einzige, was ich machen kann, ist tatsächlich... Ich glaube, die Luft ist jetzt einigermaßen rein. Nee, meiner ist vorm Schiff. Meiner kommt jetzt wieder zurück. Meiner geht weg. Meiner ist jetzt auch unten. Oh, er hat dich gehört, Tobi, glaube ich. Er kommt hoch. Er kommt zu hier. Er kommt zu hier, Tobi. Meiner kommt zurück. Warum gränne ich denn auf ihn? Und... Er kommt hoch. Er kommt hoch. Meiner kommt auch hoch. Oh. So jetzt, dass Tobi läuft. Jetzt saß es ja wieder auf den Items. Ja, du hättest... Du hättest hier auf der anderen Seite... Der hat sich festgebackt. Das ist ganz gut. Der zerfleischte ich trotzdem, wenn du da runter sprichst. Oh mein Gott, der hat sich da festgebackt. Ja. Das ist nicht so schlimm, der Roboter ist jetzt gelandet. Er steht jetzt vorm Schiff. Hier. Ja, kannst du nicht auf der anderen Seite runtergehen? Kann er theoretisch, ja. Weiß ich nicht. Der eine Hund hat sich wieder beruhigt. Mann, ich wollte doch wenigstens auch die Fels in der Hände mitnehmen. Tja, Tobi, da hättest du... Ne? Ich dachte, das war eine gute Idee. Der eine Hund geht wieder. Ja. Er kommt bestimmt gleich wieder um. Ja, er ist dann wieder um. Ja, der hat sich festgebackt, Tobi. Du musst auf der anderen Seite runtergehen. Ey, der hat sich nicht festgebackt. Der andere kommt jetzt hoch. Der andere kommt hoch. Der andere kommt hoch. Er ist fast an der Leite. Er ist dann da wieder runter. Mit ihm. Ich hab nicht meine Lampe. Meine Lampe ist auf. Also muss ich jetzt wieder runter. Er rennt die andere Treppe hoch hinten. Am Fire Exit. Tobi, er rennt die andere Treppe. Er rennt. Er ist oben. Er ist am Fire Exit. Jetzt rennt er zum Main. Jetzt rennt er wieder runter. Henker ist mit dem Hund los. Flieg einfach los. Mach ich auch. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Okay, dass du uns noch beamen könnt. Das wird ein großer Verlust. 800, 8, 8. Tobi. 837. Haben wir insgesamt. Trotzdem 400 rausgeholt. Hoppala. Hui. 2.000 Lagen geführt unter der Treppe. Alter, wirklich. Ey, ich hab so viel versucht reinzubringen, aber ich kann ja nichts dafür, wenn der Hund neben mir spawnt, ich mich umdrehe, ich ihn angucke und er mich frisst. Ja, und ich in den zweiten gespawten Hund springe. Beziehungsweise der zweite gespawnte Hund einfach hochkommt. Und mich frisst. Und mich frisst. Ja, du bist quasi in den reingesprungen. Ja. Tobi hat den Sack dann zugemacht, indem er die Glocke dahin gedischt hat. Ja, aber ich glaube, der hat es sowieso nichts rausgeholt. Das war so traurig. Ich dachte zu, ich bin wenigstens noch die Fancy-Lab und das Paket. Danach ist mir alles egal. Werb ich also die Glocke runter. Er wird kurz mal abgelenkt und verpfützt sich dann. Nein, so funktioniert das leider nicht, glaube ich, in dem Spiel. Hast du gerade die letzte Taschenlamper, ja, Doktor? Nein. Du hättest ja mal was sagen können, was? Ich wusste nicht, dass du auch gestorben bist. Ich habe schon wieder vergessen, dass du auch keinen hast. Du wusstest nicht, dass ich auch gestorben bin? Ja. Ja, ja, ja. Das ist doch süß, Faria. Ich habe die letzte Lampe genommen. Ich bin auch nicht für ihn gestorben. Ich liebe es. Ich liebe es, mit dir zu reden. Ich bin für mich selber gestorben. Ich glaube, ich habe den Energiekern gefunden. Habe ich auch. Und eine Fancy-Lamb. Die letzte Runde ist schon wieder raus. Ja, noch haben wir es nicht im Schiff, ne? Ich wollte es nur sagen. Ich bringe es sofort in das Schiff. Ich werde nichts. Ich werde einfach sterben. Das wäre so lustig, wenn ich jetzt sterben würde, auf den drei Metern, die ich gelaufen bin. Ich bringe es nicht ins Schiff. Ich habe es einfach unterfallen gelassen. Ja. Ich darf meine Zeit nicht verschwenden. Also, Maria, falls du in den Main kommst, links war ich schon. Gut. Was ist denn der Ex der Energiekern? Ich bin schon ein Stückchen gelaufen. 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 Oh, der Genickbrecher ist schon unterwegs. Oh. Doch, doch. Ich habe ihn gerade angekommen. Darauf habe ich ja immer gar kein Bock. Ich bin schon ein Stück. Von wo bin ich gekommen? Krise Nein, Centipede auf meinem Kopf, Centipede aber ich werde sterben Ja und der Genickbrecher kommt und bricht mir das Gehirn Das Gehirn wollte ich sagen Also unten liegt auf jeden Fall die fancy Lärm Vielleicht bringt ihr die erstmal rein Danke, die waren nur so wenig wert, das ist traurig Da war der Film letztens mehr wert So, sie haben schon mal eine ganz gute Ladung safe Achso, ich kann ja mal sagen, was wir drin haben Flowerman, Crawler, Centipede, Flowerman, Crawler, Centipede Und noch Flowerman, Crawler und Centipede Boah, drei Crawler und drei Centipede und drei Flowermans Drei Flowermans Achso, warte, lass mich gucken Vier von an Schwierig Der Crawler ist in der Nähe vom Centipede Bedeutet, glaube ich, irgendwo beim Fire-Excel Aber ihr könntet den Energiekern noch holen Ja, der Fire-Excel, ich sehe hier deine Blutspur Äh, soll ich ja ins Man-Rennen gehen oder was? Ja Dann wo? Äh, nach links war es, glaube ich Ich beobachte mal so lange den Flowerman Und zu schauen, ob der in deine Richtung kommt Ich muss sagen, weil ich die Gym abmachen soll Wieso ist da einer? Was? Weil ich hab dich provisorisch zugemacht Ne, ist nur noch ein Centipede dazugekommen Also haben wir jetzt acht Centipede Da Vier Crawler und vier Flowermans Okay, fertig Dann schalte ich wieder auf euch Tobi, beam! Stimmt Kannst du mich beam? Okay, ich bin ja Bei mir hat Daniel nichts in der Hand Tobi liegt bei mir draußen bei der Lampe Ich hab ihn gerade neben die Konsole gelegt Aber da liegt er nicht Nee, bei mir liegt er draußen bei der Lampe Laut Monitor Daniel hat dich einfach aus dem Schiff geworfen Okay Danke Daniel Kein Ding Gibt's dafür nicht Bei dir ein Dings? Ein Sound? Stimmt Nee, Super Daniel War das, ne? Super Daniel Warte ganz kurz Du hörst aber nur am Stream Nicht hier Ist mir egal Muss ich deinen Stream ganz kurz anmachen Huuuuii Tausend drei Ah! So Schön wie ich auch einfach nur drei Sachen mitgenommen habe Finde ich super Ich finde wie ich nur eine Sache mitgenommen habe Zweimal Ich brauch nach dem heutigen Tag Ich habe heute einfach so oft rausgehauen Irgendwie war es anscheinend für die anderen auch immer wieder lustig Dass ich einfach random mitten im Gespräch ging Ganz anderes Thema Ich hab einfach rausgehauen Ich bin schwul In den weirdsten Situationen Worum ging's denn? Ja Ich weiß ich nicht Ich hab irgendein Meme oder so gezeigt Alle lachen Und ich hau das einfach nur raus Irgendwann war es Mareike Da ist die Tür Was einfach keine Tür war Sondern ein Gartentor Und was ich nur gemacht hab Beziehungsweise gesagt hab Weil sie gesagt hat Dass sie kein Sushi mag Aber ich sag Mareike da ist die Tür Ich mag auch kein Sushi Magst du insgesamt kein Sushi Oder magst du auch die Crunchyrolls Ich mag kein Fisch Es gibt auch Sushi Es voll geht nicht mehr Es gibt auch Sushi mit Hädchen Im Sarkana zum Beispiel Kann ich nur empfehlen Schmeckt geil Ist da das grüne Blattzeug rum Du kannst bestimmt auch Crunchyrolls bestellen Warte kurz Reicht das? Nein Noch ungefähr 40 Um genau zu sein 40 Das sind 54 Jetzt sind es 106 Das muss weg Jetzt sind es 49 Ich guck mal Ich guck mal Ob wir noch was für 12 haben Ja die 9 mehr ist doch egal Oder komm ich Ich geb es ab Warte Hallo Es liegt doch da Da liegt es doch Warte mal Oh Wie der 49? Ne 58 Die 49 Also entweder brauche ich jetzt was für 18 oder für 12 Oder für was ist 18? 18 Oh mein Gott 8 29 Scannen doch einfach mal Ui Ich brauche was für 19 Ne 29 war es ne? Jetzt sind es bei mir 57 Bei mir auch Aber warum? Ah ich weiß warum Weil ich die Kissen wegnehmen wollte Und ich 50 Ja Also eins mehr als vorher Super Warte mal Hey ich dachte wir brauchen 50 Ne 50 Oh Dann waren es nur 19 Warte Dann waren es nicht nur 29 Sondern 19 Ich dachte es war 29 Wie viel kriege ich durch euch? 29 Warum kostet hier alles 29? Gebt doch einfach die 3 40sten ab Und wenn es 49 Aber nein wir haben ja auch was Wie wir Hä ich kann mal einfach gucken Ob wir was für 40 haben Wäre lustig Geben wir was für 43 Einen Golden Cup Naja dann gib dem doch ab Warte wenn wir die Pilz Und ein Woopsie Kaschen nehmen Sind wir bei 42 Haben wir wieder nochmal eins gespart Jetzt mal einfach anzutoppeln Oder was? Die Pilz und das Dings Na dann mach das so Dann mach das Daniel Wieso ich? Na weil ich voll bin Same Maria es tut mir leid Ich hab Ich leg's einfach alles Das ist schön Oh Maria was geht denn hier ab? Lass mal dich allein Und du furztest Das ganze Schiff voll Ja Oh Piepen Oh Maria Reicht doch irgendwann Wenn du Bocklblähungen hast Dann stell dich draußen hin So fertig So fertig 105 Und ja Zum Paniker Wir haben einfach immer noch 2475 Falls irgendjemand eine Ahnung hat Falls irgendjemand eine Ahnung hat Und das richte ich jetzt mal deinen Chat Daniel Weil ich denke mal über die hier ist nichts los Äh Könnt ihr gerne mal sagen was das für ein Instrument ist was ich grad spiele Ich glaub da bläst du einfach in ne Flasche rein Ja Aber es hört sich ja auch an Wie Nochmal zusätzlich Was Es ist halt irgendwie krasse Verkaschen Ich weiß was das ist Oh mein Gott wie nennt man das Ein Ein Ein